Musik Herzlich Willkommen zum ersten Buch Samuel, liebe Gemeinde. Wie wär's mit nem bisschen Monarchie, oder doch nicht? Zu Anfang des Buches kümmert sich erstmal der Priester, Prophet und Richter Samuel um Israel. Natürlich im Auftrag von Gott, das ist Gott für diejenigen, die sie noch nicht kennen. Dann allerdings kommt das Königtum in Mode. Ich bin aber dagegen, ja, aber was soll man gegen die Mode machen, vor allem gegen so modische Leute wie den Saul hier. Das wird der erste König von Israel. Sein Sohn Jonathan ist im Gegensatz zu Papa sogar auch noch richtig nett. Vor allem zu ihm hier, dem Schafhirten, Singer, Songwriter David aus Bethlehem. Ja, das ist der David, bleiben Sie dran, in der nächsten Folge könnte er richtig berühmt werden. Natürlich gibt's noch ganz viele andere, von denen nennen wir nur ihn hier. Den Philister Goliath, der manchmal auch der Riese genannt wird, weil er gigantischer 1,90 Meter groß ist. Damals sind die Leute halt durchschnittlich viel kleiner als heute, so 7,5 Zentimeter. Los geht's mit Hannah, der Mutti des kleinen Samuel, die ihn im Smallland, äh, bei dem Oberpriester Eli abgibt. Und sagt, hier, bitteschön, kannst du behalten, weil Gott meine Bitte um Nachwuchs erhört hat. Und er so, ja, aber dann hast du ja keinen Nachwuchs mehr. Ach, das wird schon. Und sie lässt ihn da. Und tatsächlich wird Samuel so ein richtiger Musterpriester, im Gegensatz zu den Söhnen von Eli, mit denen er richtig Ärger hat. Wir nehmen natural den aller Art an. Das findet Gott natürlich blöd und sagt zu Samuel, hier, du kannst dem Eli sagen, dass deine Söhne jetzt dran sind. Oh nein, das ist ja Eli. Dann überfallen die Philister, die Israeliten, und töten tatsächlich die Söhne Elis. Aua! Und klauen die Bundeslade, in der die zehn Gebote aufbewahrt werden. Und die so, yes! Und nehmen das mit. Und Gott findet den Ladendiebstahl aber überhaupt nicht lustig und ruft denen hinterher, dafür kriegt ihr die Beulenpest. Und die so, nee, dann wollen wir keine Ladenhüter mehr sein. Hier, ihr kriegt die zurück, inklusive Motto Geschenken. Und dann machen die ernsthaft goldene Beulen und geben sie mit der Lade dem Volk Israel zurück. Und die so, yeah, wir haben unsere Lade wieder. Dann ist erst mal 20 Jahre Ruhe. Samuel richtet fröhlich und verteidigt Israel sogar mit Gottes Hilfe gegen die Phillies. Allerdings hat er im fortgeschrittenen Alter dasselbe Problem wie damals Eli mit seinen Söhnen. Die sind nämlich ziemlich korrupt. Und das Volk so, nein, wir wollen jetzt keine korrupten Priester mehr, wir wollen einen König. Und der so, nein, die machen doch immer nur Ärger. Ja, aber alle haben einen König. Und es geht immer hin und her, bis Gott irgendwann sagt, ja, dann sollen sie ihren König halt haben. Und der so, also in Gottes Namen. Und die so, ja, cool. Nun läuft dem Samuel zufällig der gutaussehende junge Saul über den Weg und sagt, hier, du bist doch der Seher, siehst du vielleicht, wo die Eselinnen von meinem Dad sind? Und der kippt ihm einfach eine Ladung Öl über den Kopf. Und der so, wah, spinnst du? Ich hab vor ein paar Wochen erst gebadet. Halt die Klappe, Gott hat dich zum König ausgesucht, deshalb salbe ich dich jetzt. Jetzt ernsthaft? Ja, ha, wir müssen das nur noch in der Volksversammlung per Losverfahren bestätigen. Und das klappt natürlich und alle so, hoch lebe König Saul. Und dann geht er erstmal wieder nach Hause und arbeitet in der Landwirtschaft. Die Kühe müssen ja trotzdem gemolken werden. Das finde ich am supersten. Dann jedoch muss Saul auch militärisch ran, denn die bösen Ammoniter greifen an. Ich stech euch jeweils ein Auge aus. Und er so, Achtung, hier kommt der neue König von Israel. Und voller göttlicher Begeisterung schlägt er die Ammoniter. Aua! Und ist von jetzt an richtiger König. Deswegen kriegt er auch so ein goldenes Haarteil von uns. Und alle so, yeah, König Saul. Nur der Sammy ist immer noch verstimmt. Dann kann ich ja jetzt in Altersteilzeit gehen. Königtum bleibt Gotteslästerung. Und zur Strafe lasse ich euch jetzt die Weizenernte verhageln. Nein, bitte nicht! Na gut, aber bleibt gefälligst sauber. Und jetzt beginnt ein längerer Krieg gegen die Philister. Das sind ja so ein bisschen die Erzfeinde der Israeliten. Und da läuft's für Saul leider überhaupt nicht rund. Nein, wo sind denn meine Leute hin? Nicht weglaufen, schnell! Wir müssen einen Brandopfer machen, damit die da bleiben. Das hätte er besser nicht getan, denn das dürfen natürlich eigentlich nur die Priester. Und der Samuel so, sag mal, spinnst du? Kaum bin ich in Altersteilzeit, wird dir wild geopfert. Zur Strafe wird deine Familie nicht König bleiben. Und die so, na toll, aber der Krieg geht ja trotzdem weiter. Weil sein Sohn Jonathan total tapfer ist, besiegen sie erstmal die Philister, tappen aber leider in jedes verfügbare Fettnäpfchen. Nein, der Jonathan hat Honig genascht, was er nicht sollte, und der Rest der Leute unkoscher geschlachtete Viecher. Das hat zwar erstmal keine schlimmeren Konsequenzen, aber der Samuel bringt ihm noch einen Auftrag. Gott will, dass du die Amalekiter ausradierst, inklusive Frauen, Kinder und Viecher. Aber Saul ist ein bisschen massakerfaul. Und als er den König der Amalekiter vor sich hat, Gnade, sagt er, ach Mensch, dem verschone ich, das wäre ja schade. Mäh! Ja, und die Schafe auch. Und Gott so, boah, der geht mir jetzt wirklich langsam ein bisschen auf die Nerven. Woraufhin Sammy sagt, Saul, die Schafe. Ja, die wollte ich opfern. Gehorsam ist besser als Opfer. Ja, sorry, ich werfe mich sogar zu Boden vor dir. Nee, nix, sorry, jetzt ist Schluss, jetzt wird ein anderer König. Und er so, boah, Menno! Und da müssen der Amalekiter und die Schafe doch dran glauben. Mäh! Stirb Schaf! Mäh! Immer sind die Schafe dran in diesem Buch. Und Gott sagt zu Samuel so, schnapp dir dein Ölkännchen und geh zu Isai nach Bethlehem. Einer von seinen Söhnen wird nämlich der neue King. Und das macht der Samuel natürlich und sagt, hallo Isai. Oh, hallo Oberpriester, was verschafft mir die Ehre? Ich will mal deine Söhne mustern. Und dann inspiziert er die einen nach dem anderen so beim Opfern. Und der Sammy so, von außen betrachtet sind die alle ganz toll, aber Gott guckt halt das Herz an. Sonst hast du keinen Sohn? Doch, den kleinen, aber der ist bei den Schafen. Und dann wird der David von der Weide geholt. Gott sagt Bingo und Sammy holt das Ölkännchen raus. Der ist es. Wah, der Geist Gottes kommt über mich. Der amtierende König Saul hingegen wird von allen guten Geistern, äh, von Gottes Geist verlassen. Oh nein, ich bin jetzt voll depressiv. Besorgt mir einen Hafenspieler. Ich brauche Entertainment. Und ausgerechnet David kommt als Alleinunterhalter zum König, denn er kann auch richtig gut Musik machen. So, wow, nice, Junge. Die Phillies geben natürlich immer noch nicht Ruhe und stehen den Israeliten wieder gegenüber. Unter ihnen ist der Goliath. Ich fordere einen von euch zum Zweikampf, ihr Hosenschisser. Und er geht ihnen 40 Tage lang auf den Senkel. Komischerweise gibt's keinen Freiwilligen bei den Israeliten, bis eines Tages der kleine David vorbeikommt und sagt, ich mach das. Und der Saul so, ja gut, dann kriegst du eine Rüstung von uns. Oh, ich sehe gerade, dass wir keine in XS dabei haben. Ja, das macht nichts. Das geht auch so. Hallo Goli, Challenge accepted. Und der tritt so vor und sagt, sag mal, wollt ihr mich verarschen? Die halbe Portion, da mach ich zu Hundefutter. Aber bevor er noch Schappi sagen kann, hat David die Schleuder ausgepackt, die er sonst als Löwenabwehr bei den Schafen benutzt, legt einen Stein ein und schleudert ihm den gegen's Hirn. Bang. Au, aua. Ups. Und ganz entspannt geht David jetzt zu Goliath, nimmt dessen Schwert und schneidet ihm wahrscheinlich nicht ohne Mühe den Kopf ab. Boah, geht das schwer? So, ich glaube, ich hab gewonnen. Und die so, waaaaaah, und werden vertrieben. Und die so, yes. Da beginnt die unglaubliche Erfolgsstory von David. Jonathan wird sein bester Kumpel. Komm her, Buddy. Der König schickt ihn überall hin, um die Philister zu bekämpfen. Du machst das, David. Und er hat voll die Fanbase. Saul hat tausend erschlagen, aber David zehntausend. Und das findet der König überhaupt nicht lustig. Als er dann mal gerade einen Spieß in der Hand hat und David gerade Harfe für ihn spielt, schleudert er ihm den Spieß entgegen und der kann gerade noch so dodge ausweichen. Ey. Und der, boah, der geht mir so auf die Nerven. Den sollen die Philister für mich erledigen. Hier, David. Äh, ja? Du kriegst eine Tochter von mir zur Frau. Wie wär's mit, äh, Merab? Ach nee, äh, Michal hier. Ja, ich würde voll gerne. Wenn du mir 100 Philister vor heute bringst. Also das ist ja jetzt schon ein bisschen eklig, aber von mir aus, äh, und, äh, er geht und bringt 200 Philister vor heute. Und der wieder so grrrrrr. Und immer wieder versucht Saul, ihn zu killen. Aber einmal rettet Michal ihn, ein anderes Mal Jonathan. Und irgendwann sagt er, das wird mir hier zu brenzlig. Ich hau jetzt ab. Und so beginnt ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Saul und David. Er sammelt eine Truppe von 400 Männern um sich, lebt in der Wildnis, wird immer wieder vom Volk unterstützt, weil der sehr beliebt ist. Und der König so, ich krieg dich! Und der sagt zu seinen Leuten, schnell, wir verstecken uns in der Höhle. Und dann verkriechen die sich hinten in dieser Höhle. Und Saul kommt zufällig rein und sagt, so, morgen kriege ich den David, huah, bin ich müde. Und schnarch, schläft er. Am nächsten Morgen weckt er ihn so auf und sagt, äh, guten Morgen, noch fünf Minuten, ich bin's David. Wah, was ist? Du, ich weiß nicht, was hier los ist, warum du mich unbedingt umbringen willst, aber ich bin nicht dein Feind. Ich hätte dich heute gefahrlos killen können. Und plötzlich ist der Saul ganz sweet und sagt, Mensch, David, alter Junge, ich weiß doch auch nicht, das tut mir alles so leid, ich tu dir nie wieder was. Dann stirbt Samuel, vorsichtshalber bleibt der David in der Wüste, wo er immerhin eine Zweitfrau findet. Boah, ist die, äh, Abi, geil! Anschließend passiert fast genau dasselbe wie in der Höhle mit dem Saul. Nochmal, morgen ist der David dran, schnarch! Nachts schleicht sich David unbemerkt zu ihm, nimmt ein Souvenir mit und am nächsten Morgen, Morgen, Saul, du hast voll die Sicherheitslücken in deiner Leibwache. Ah, schon wieder, ich meine, sorry, David, ich tu dir nie wieder was. Und er so, ja, ist gut. Und zur Sicherheit versteckt sich David jetzt sogar beim Feind, bei den Philistern, die ihn komischerweise aufnehmen. Wieso komischerweise? Wenn er bei uns ist, dann kann er uns ja nicht umbringen. Und wir führen jetzt wieder Krieg gegen Saul. Und der Saul so, nein, Samuel ist tot, Gott antwortet nicht, holt mir eine Totenbeschwörerin. Äh, sorry, Chef, die hast du alle ausgewiesen. Nein, so ein Mist! Ah, ich höre gerade, in Endor gibt's noch eine. Also macht er sich inkognito auf den Weg zu den Evox. Und die so, nein, du bist Saul, der König, tu mir nichts, ich bin keine Totenbeschwörerin. Und doch, ich weiß es doch, jetzt bitte beschwör mir den Geist von dem Samuel. Mach einfach. Und die so, na gut. Und sie beschwört kräftig. Da macht es Puff. Ah, und der Geist von Samuel steht da. Lass mich in Ruhe, was willst du? Du, die Philister greifen wieder an und der David ist nicht da. Und Gott antwortet nicht, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, das ist deine Strafe, morgen bist du tot. Nein! Das wirkt wahrscheinlich ein bisschen demoralisierend auf den König. Jedenfalls besiegen ihn die Philister. Nein, alle meine Söhne sind tot, ich bring mich jetzt auch um. Aua! Und die so, yes! Und damit endet das Kapitel Saul. Es ist schon spannend. Der Saul ist eigentlich ursprünglich gar kein schlechter Typ, bis er an die Macht kommt. Nach ein paar Fehlern und viel Frust entzieht Gott ihm das Vertrauen und den Support. Saul wird mehr und mehr böse und wahnsinnig. Trotzdem ist er ja noch König. Deshalb dauert es echt lange, bis Israel ihm wieder los ist. Ich hab's ja gleich gesagt, Könige sind echt doof. Naja, vielleicht geht's ja noch ein bisschen besser. Schauen Sie nächste Woche wieder rein. Und das, liebe Gemeinde, war das erste Buch Samuel. Vielen Dank. Vielen Dank.